Heute Nacht ist es den Menschen erlaubt, sich zu befreien. Von all dem unterdrückten Hass und der Gewalt, die sie sonst immer zurückhalten müssen. Das wird ihn nicht zurückbringen. Du wirst dich danach nicht besser fühlen. Danke. Unser Land wird über diese Nacht definiert. Liebe Mitbürger, diese Tradition werden wir fortan jedes Jahr zelebrieren. Möge die Säuberung beginnen. Alsea, komm, sag auf Wiedersehen. Klar macht dein Ding, Schwester, Herzen. Ja, mach ich. Wir sehen uns nachher. Die Leute nennen dieses umstrittene Experiment legalisierter Verbrechen jetzt Purge. Gebt nicht purgen! Gebt nicht purgen! Ihr bleibt während der Purge bei mir, verstanden? Wir kommen alleine klar. Wir sind hier bei Dr. May Updale. Sie hat sich dieses Experiment ausgedacht. Ist die Purge ein politisches Instrument? Nein, eher ein psychologisches. Wenn wir unser Land retten wollen, müssen wir unseren Zorn in einer Nacht rauslassen. Heute Nacht werden wir in jedem das Gute und das Böse sehen. Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der ersten Purge. Unser Viertel wird von einer Regierung belagert, die sich einen Scheißdreck für uns interessiert. Beim Ertönen der Sirene sind sämtliche Verbrechen einschließlich Mord für zwölf Stunden erlaubt. Da draußen sind eine Menge guter Leute, die wir beschützen müssen. Alle Notfalldienste sind außer Kraft gesetzt. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Ihre Regierung dankt Ihnen für Ihre Teilnahme. Partys? Sie haben ein viel höheres Maß an Beteiligung vorhergesagt. Die menschliche Natur gehorcht nicht den Gesetzen der Politik. Was zum Teufel ist da los? Das sind alles Ex-Militärs. Da geht irgendwas total Schräges ab. Sie schicken Soldaten auf die Insel, die als normale Bürger getarnt sind. Das Land funktioniert nur so. Niemand wird uns zu Hilfe kommen. Nach der heutigen Nacht wird nichts so sein wie vorher. Mit einer Sache haben Sie nicht gerechnet. Und zwar mit uns. Was habe ich getan? Bleib stark. Ich komme. Denk nur an all das Gute, das die Patch uns bringt.